Ihr habt eine richtig geile Idee und wollt Teil von Meerwasser-Live-TV werden und wollt uns noch ein bisschen inhaltlich unterstützen. Das finde ich super. Ihr könnt mitmachen beim Salz der Woche. Wie geht's, Christian? Ja, ich weiß es. Und zwar, ihr müsst uns wegen der rechtlichen Geschichte zeigen, dass ihr das auch seid, dass das Material von euch ist. Das heißt Kamera an, Handy, was auch immer, einfach filmen. Kurz zeigen, dass ihr das auch seid. Das schneiden wir dann raus, wenn ihr das wollt. Das Becken mal zeigen. Genau, das Becken mal zeigen. Dann zeigt ihr euren Tipp. Könnt ihr dann einfach nur erklären. Ihr habt zum Beispiel einen modifizierten Scheibenreiniger oder sowas und filmt den einfach nur, wie ihr ihn umgebaut habt. Genau. Und dann bauen wir das bei uns gerne in den Salz der Woche ein. Wenn die Idee cool ist, natürlich. Ja, also gebt Gas. Einfach an uns schicken, Kontakt aufnehmen mit teamappmehrwasserlive.de.